Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Daimler in der Festhalle. In zwölf Tagen ist in Deutschland Bundestagswahl. Deshalb wird in diesen Zeiten naturgemäß viel versprochen. Und in einem Punkt können Sie sicher sein. Wir halten das Versprechen, dass Karl Benz schon bei der ersten IAA vor mehr als 100 Jahren gegeben hat. Wir bieten dem Kunden vom Guten das Beste. Das bedeutet ausdrücklich auch vom Grünen das Beste. Den ersten Beleg dafür sehen Sie hier. Meine Damen und Herren, Mercedes Benz hat das 3-Liter-Auto neu erfunden. Googlen Sie doch mal das Wort 3-Liter-Auto. Eine solche Limousine werden Sie da heute nicht zu sehen bekommen. Aber wir arbeiten daran, dass sich das bald ändern wird. Diese Vision S500 Plug-in Hybrid vereint alles, was unser Top-Modell zur erfolgreichsten Luxuslimousine der Welt macht. Sicherheit, Komfort und souveräne Leistung. Gleichzeitig liegt der Normverbrauch bei nur noch 3,2 Liter auf 100 Kilometer. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 74 Grad. Damit unterbieten wir sogar den Bestwert des weltweiten CO2-Champions, natürlich provoziert das zwei Fragen. Erstens, wie funktioniert das? Und zweitens, wann kann man das kaufen? Zu Frage 1. Im S500 Hybrid steckt ein Hightech-Paket aus drei Bausteinen. Ein leistungsstarker V6-Benziner mit Direkteinspritzung der nächsten Generation, ein krachtvolles Hybrid-Modul und eine Lithium-Ionen-Hochleistung-Batterie, die an jeder Steckdose aufgeladen werden kann. Das Ergebnis ist ein äußerst effizienter Plug-in-Hybrid, der auch rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei fährt. Zu Frage 2. Dieser S500 Plug-in-Hybrid durchläuft bereits das harte Mercedes-Testprogramm und kommt mit der nächsten S-Klasse-Generation auf den Markt. Die Hybrid-Komponenten in diesem S500 sind schon heute absolut praxistauglich. Sie stammen aus unserem modularen Systembaukasten, den Sie aus dem Mercedes-Benz S400 Hybrid kennen, und der erfreut sich bereits einer ausgezeichneten Grundnäuseinand. Den S400 Hybrid gibt es seit Juni zu kaufen. Aus dem Stand hat er einen Anteil an den S-Klasse-Bestellungen von rund 20 Prozent erhobert. Gestartet ist er als erster Hybrid eines europäischen Herstellers, als weltweit erstes Hybrid-Modell mit Lithium-Ionen-Technik und als die CO2-ärmste Luxus-Lin-Horine weltweit. S400 Hybrid ist aber auch ein weiterer Beleg dafür, dass wir einhalten, was wir ankündigen. Er war einer der Stars der Mercedes-Lotte, die wir im Jahr 2007 hier in der Festhalle vorgestellt haben. Damals haben wir eine grüne Produktoffensive eingeläutet. Und inzwischen haben wir die vorgestellten Fahrzeuge geliefert. Das ist der Grund, aus dem Sie heute leben und nicht mehr auf der Bühne stehen. Das ist nicht mehr auf der Bühne stehen, sondern auf der Bühne stehen. Das ist der Grund, aus der Bühne stehen. Das ist der Grund, aus dem Sie heute leben. Das ist der Grund, aus dem Sie heute leben.